Ist noch wer da? Moin moin! Brechen! Brechen? Was brechen? Brechen! Brechen! Was? Brechen! Paprika! Wie sucht es? Anscheinend! Mhhhhh Du bist für etwas, äh, angeklagt worden, obwohl du es nicht getan hast. Wer war das denn? So viel drin. Zu fühlen. Du wurdest geschlagen. Du wurdest geschlagen. Marie. Marie war das? Oder heißt du Marie? Marie? schön ein, aber Gefühl Gefühl Und das ist ein Gefühl. Und das ist ein Gefühl. Okay. Jetzt haben wir nicht mehr da, ne? Ist noch jemand da? Wenn nicht, machen wir jetzt Feierabend. Dann weiß niemand mehr da. Na dann. Dann sag ich mal, äh, tschüss für jetzt, ne? Man hört sich später. Boi, boi. Jetzt kommt doch noch jemand. Hast du noch was zu sagen? Hm? Oder bist du nur da, um zu gucken? 79 79 Weg. Weg. Was für ein Weg oder Weg? Ja. Jetzt ist ein Test. Mensch. Die Kamera dann da anschließen. Die Röber. Maschine. 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 Was für eine Maschine? Ja, du machst das so krass. Tiefe. Was für eine Tiefe. Tiefe. Was für eine Tiefe. Wo denn? Wo kann ich dich denn sehen? Was für eine Tiefe. Würde ich gern tun? Das kann ich. Was für eine Tiefe. Was für eine Tiefe. Bist du noch da? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. War mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen. Düster machen. Und probieren. Und da hinsetzen. Manche hört sich vielleicht später wieder. Gewählt. Gewählt? Warum hast du auf Wiedersehen gesagt? Wen hast du gewählt? Sag mir die Merkel. Denn ich hab's ja nicht gewählt. Und würd's ja nie wählen. Vor Jahren vielleicht einmal. Am Anfang. Wo es ja noch normal war. Ja, okay. Da hinsetzen gewählt. Du musst aber Twitchen leisten. Du musst natürlich auch ein bisschen scheiße reden. 19. 19. Sag dir immer Zahlen. Ich hab da Flugmodus. Also. Bist du normal? Ich wollt, ich wär noch mal 19. Und wisst das, was ich heute weiß. Aber ne, ich bin zu alt. Bist du ein Jünger? Wär besser. Bist du selber Fehler nicht noch einmal machen? Identifiziert. Du wurdest nie identifiziert. Hattest du keine Papiere dabei? Bist du in der Zwischendimension? Bitte? Bist du in der Zwischendimension? Und ich bin zu viel, aber nicht ganz sehr. Und wir 19. Und das ist jaㅜin. Ich bin zuerst ein natürlich. Und der Zwischendimension? Und der Zwischendimension? Bist du noch da? Nein, dann. Wie gesagt, man hört sich wieder. Boi, boi.